Nicht mal das Dingern! Ja, das ist normaler Kakao. Guck mal, leider braucht man auch Kakao. Also, wir haben jetzt so was Falsches gemacht. Leute, heute machen wir einen Schokokuchen. Ein zauberleichter Schokokuchen. Ohne Schnickschnack. Keine Ahnung, was das bedeutet. Und ja, ich mach das nicht alleine, sondern mit... Tina! Mit Sophia! Und unser... Und für Diego! Wow! Der ist da! Was machen wir heute? Ja, einfach leichter Schokokuchen. Zeig es mal! Ja, wir machen so das Backpapier da rein. Weil das so jetzt besser wird. Dass das Bohnen nicht fliegt. Ich kann nicht, ich will schneiden. Aber ich schneide in der Mitte. Nein, ich will nicht, ich will schneiden. Pass auf deinen Finger auf. Ja, ja. In der Mitte schneidest du es. Ich fange mal zu schneiden. Wir fangen schon an zu schneiden, und zwar Limone. Das ist ein sauerer Limone. Ja, und wir warten schon mal, bis Mara diesen Blöden sinkt. Eine Stunde später. Schmeiß! Er macht es noch immer besser. Er macht es noch immer besser. Ich will weisen! Und ich mache die Melonen so. Okay. Ich mache das. Nein, ich mache das. Nein, ich mache das. Nein, ich bist gut ehrlich. Es ist sehr schön scharf. Zwei Stunden später. Es ist. Kuss mal, Leute! Ich bin schon mit der Zitrone fertig. Kannst du dich mal? Das riecht so sauer. Ja. Oh mein Gott, hier kommt gar nichts mehr raus. Das kommt schon stärker. 2.000 Jahre später. Ja. Ah! So. Okay. Tadam! Jawohl, selber! Ja, gehen! Da muss ich... Nicht mal das Dinger! Ja. Und jetzt, da muss ich halt solche zwei Zutaten. Einmal das und einmal das in eine süße Schüssel rein tun. Dann machen wir es halt jetzt da auf. Jetzt dann noch das letzte. Das ist glaube ich auch Kakao, aber ich weiß nicht. Ich brauche jetzt noch einen größeren Loch. Ich brauche einen größeren, weil das ist zu klein. Oh, Zucker! So, jetzt. Ja, genau. So muss ich jetzt das machen. Warte ich. Was kommt jetzt? Also, wir haben jetzt alles rein getan und es riecht mir nach Kakao. Aber ich weiß nicht, was er isst. Sophie, was denkst du? Was? Kakao. Ja, okay. Sie denken auch, dass es Kakao ist? Ist er auch, glaube ich, auch Kakao. Jetzt muss ich diesen Ding da schneiden, was Diego die ganze Zeit gemacht hat. Das lege ich mal zur Scheiße. So. Ich muss jetzt halt außerdem so schneiden. Was? Kakao? Ja. Ich schneide das jetzt. Ja. 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 Und Müll. Nein. Genau. Wir machen jetzt da Öl. Ja. Ja. Ich sag dir, bei 90 Gramm machst du Stopp. Ich weiß nicht, Herr Nussis. Ich sag dir bei 9,0. Also, was ich gemacht habe, ich habe so ein bisschen Kakao-Pulver gemacht. Und noch, ich hab das geschmissen. Ich mach super. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Das wird super sein. Die Gäste sind hier. Ob ihm das überhaupt schmeckt? Ja. Oh, wir sind aber tatsächlich drin. Bei uns ist schon Weihnachten. Guck mal. Guck mal. So rein. Filmen wir nicht. Äh, nein. Das sind unsere Gäste. Wir haben 9 Menschen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Wasser. Ja. Ja, das ist so viel Wasser. Da war ein. Okay. Probier. Probier. Ich schreie, Fahne. Ja. Schmeckt? Sofia, du bist dran? Also, schau. Mit Zitrone. Zentrone! Schmeckt dir Zentrone? Ja man, du musst auch probieren. Schmeckt's? Schmeckt's? Oha, nicht so viel! Jetzt musst du... Dann musst du noch für andere Leute übrigen. Wieso backen, backen und dann wird's nix sehen. Sag mal, es ist nicht geworden, es ist selber. Leute! Ich glaube, wir fressen gleich alles. Ich glaube, wir fressen gleich alles. Komm, mach weiter. Wir haben neun Menschen. Ich hab keine Muskeln. Keine Muskeln. Ja, du hast keine Muskeln. So, hier? Nicht so. Du hast alles raus. Und dann, genau. Hier gibt's noch ganz viel. Ja. Sophie, was machst du jetzt? Ja, ja. Streusel machen wir am Ende. Schoko-Dekorblätter. Das machen wir dann später. Wenn wir überhaupt dann fertig sind. Also, was haben wir vergessen? Ja, statt für Creme Kakao haben wir auch da reingemacht. Das müssen wir vorher extra machen. Na ja, ist egal. Wir haben dann einfach so. Also, wir haben jetzt so was Falsches gemacht. Diego hat gesagt, dass ich zwei Packungen von sowas reinmachen soll. Obwohl eine Packung davon war für die, also Sahne. Für die Cokosahne. Wir haben die, wir haben so Falsch gemacht. Das war so eine Sahne musste jetzt sein. Wir haben es falsch gemacht. Aber egal, wir haben schon ins Ofen rein. Das war ja zwei Tüten. Einer war für den Boden. Einmal war für die Cokocreme. Und wir haben beide in einen Boden. Der Kuchen wird schon ein bisschen größer. Guck mal, wir schneiden und essen. Und dann so machen. Ja, ja. Dann machen wir Palmaka so. Okay? Heiß ist es. Was sagst du? Muss mal aufmachen und schauen. Warte, aufpassen. Boah. Kamera. Und, was machen wir für die Sahne? Wenn das gekühlt ist, dann machen wir die Sahne. Und dann zu machen. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Dann benutzen wir einmal Schokodekorblätter. Raspelschokolade. Und noch Backkakao. Jetzt macht die Savia Schlagsahne. Jetzt die zweite. Oh mein Gott, das sieht schon so aus wie Sahne, was ich probiere kurz. Echt. Ja. Wichtiger Moment. Ja. Warte, 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 warte. Wir haben jetzt die Sahne fertig gemacht. Also sie war im Kühlschrank und das hat sich, also es war heiß und das haben wir trocken gelassen. Und, ja, jetzt machen wir die Sahne lang. Können wir noch jetzt die Streusel machen. Oh, das ist fertig. Und dann, wenn sie sind, werden wir fertig. Oh, das ist fertig. Oh, das ist fertig. Ich probiere auch. Ich probiere auch. Mach nicht zu viel. Zu viel. Ich probiere auch. Komm. 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 Wir legen. Ein wichtiger Teil kommt und... Isst mir nah. Ah, Halsschlumpf. Ah, Halsschlumpf. Oh, nein. Wir machen doch eh Creme. Soweit seid ihr. Wie denkst du, wird es lecker schmecken? Ja. 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 Da, der wird heute nicht! In 4st. Ich bin genauer. Der wird heute nicht mehr so hekt. In 4st. In 4st. Double, die da, die da rein ist. In 5st. In 5st. In 5st. In 5st. In 5st. In 5st. Ich bin 90 Kilometer. Drei. In 5. Bis zum nächsten Mal.